Wenn man an deutsche Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg denkt, denkt man meist zuerst an die U-87 Stuka. Obwohl die Stuka zu Beginn des Krieges ein furchterregender Todesbringer war, war ihre Herrschaft relativ kurz. Seine Schwächen wurden während der Luftschlacht um England deutlich, als klar wurde, dass Stukas gegen geschickte und entschlossene Kämpfer kaum mehr als fliegende Särge waren. Das eigentliche Arbeitstier der deutschen Bomber war während des größten Teils des Krieges der mittlere Bomber Junkers U-88. Die zweimotorige U-88 war ursprünglich als schneller Bomber konzipiert, der Kampfflugzeugen entkommen konnte. Dies erwies sich als zwecklos, da sich die Geschwindigkeit des Jägers seit der Entwicklung der U-88 bis zu ihrem Einsatz dramatisch erhöht hatte. Allerdings war die U-88 als Mehrzweckflugzeug erfolgreich und erfüllte mehrere Aufgaben, darunter als Flächenbomber, Sturzkampfbomber, Torpedobomber und Flugzeug der Minenklasse, aber auch als Aufklärungsflugzeug, als Flugzeug für schwere Jäger und als Nachtjäger. Die Junkers U-88 bildete ein Drittel der mittleren Bombertriade der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg und wurde wie ihre Schwesterflugzeuge, die Dornier Du 17 und die Heinkel Hie 111, für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten auf dem Schlachtfeld entwickelt, die weit darüber hinaus gingen ihre ursprüngliche Kategorisierung als schneller Bomber. Zu den Rollen gehörten letztendlich engagierte Nachtjäger, Torpedobomber und Spezialflugzeuge. Die U-88 war mit 15.183 Exemplaren, die vor Kriegsende im Jahr 1945 fertiggestellt wurden, der meistproduzierte der drei Bomber. Ihre letzten Tage im Dienst erlebte sie bei der französischen Luftwaffe, wo sie 1951 ausgemustert wurde. Das Design der U-88 fiel W. H. Evers und Alfred Gassner entwickelt und wurde nach dem Vorbild eines Bombers entwickelt, der schnell genug fliegt, um feindlichen Abfangjägern und bodengestütztem Feuer auszuweichen. Die Junkers-Ingenieure hatten das deutsche Luftfahrtministerium mit ihrem U-85 Prototyp interessiert, einem herkömmlichen zweimotorigen Modell mit zwei vertikalen Heckflossen. Daraus entwickelte sich eine neue Anforderung des Ministeriums vom August 1935, die einen dreiköpfigen Schnellbomber mit einer Nutzlast von bis zu 2.200 Pfund vorsah, und im Juni 1936 wurde Junkers ein Prototypenvertrag für die Arbeit übergeben. Fünf Prototypen, V-1 bis V-5, dann folgte das Modell, das sich hauptsächlich in der vorgeschlagenen Bewaffnung unterschied, und dann folgte der V-6 mit einem überarbeiteten Fahrwerksdesign. Am 21. Dezember 1936 fand ein offizieller Erstflug statt, bei dem es sich um den Prototyp V-1 mit zivilen Markierungen handelte, um die wahre militärische Bombardierungsfunktion des Flugzeugs vor der Welt zu verbergen. Die Entwicklung wurde fortgesetzt und das Design entwickelte sich zu einer schwereren Form mit verstärkten Flügeln, einer vierköpfigen Besatzung und einem verlängerten Rumpf. Das Flugzeug erwies sich nun als widerstandsfähiger gegen die harten Sturzangriffe und das zusätzliche Besatzungsmitglied unterstützte den allgemeinen Betrieb des Flugzeugs und seine Verteidigung. Der Typ wies eine Einsatzreichweite von 620 Meilen auf und konnte unter der Belastung einer Kriegslast von 4400 Pfund Geschwindigkeiten von 320 Meilen pro Stunde erreichen. Während die Luftwaffenbehörden den Entwurf mit einem gewissen Maß an Nachdruck verfolgten, auch wenn sie konkurrierende Entwürfe von Dornier und Heinkel verfolgten, verzögerten Entwicklungsprobleme die Fertigstellung des Produkts, das ursprünglich für den Einsatz im Jahr 1938 vorgesehen war. Der Typ wurde ab 1939 offiziell übernommen, rufen sie während der deutschen Invasion in Polen eine begrenzte Anzahl an, um den Zweiten Weltkrieg zu beginnen. Die U-88 hatte ein eher unansehnliches Aussehen, entsprach aber dem Design-Trend deutscher Bomber dieser Zeit. Das stark gerahmte Cockpit war in einer Stufenanordnung gehalten und blickte auf einen kurzen, verglasten Bugbereich. Der Rumpf war erwartungsgemäß röhrenförmig und endete hinten in einer einzelnen abgerundeten Seitenleitwerksflosse. Die Flügelhauptflugzeuge waren tief im vorderen Teil des Flugzeugs montiert, wobei die Triebwerksgondeln an jeder Flügelvorderkante installiert waren. Die Motoren hatten große Spinner und trieben dreiflügelige Propellereinheiten an. Die meisten U-88 Versionen verfügten über eine Bauchgondel für eine defensive Maschinengewehrposition. Das Fahrwerk hatte die typische Heckschlepper-Konfiguration mit zwei Hauptbeinen. Primäre Bomber-Modelle wurden gemeinsam als U-88A bezeichnet und waren mit zwei Motoren der Junkers Jumo 211 Serie sowie sechs Untervarianten ausgestattet. U-88A0 war ein Vorserienflugzeug, aus dem das A1-Modell und seine Motoren der Junkers Jumo 211 B1 Serie mit jeweils 1200 PS Leistung hervorgingen. Es folgten A2-Modelle mit Jumo 211 G1 Motoren, während A3 als Trängerplattformen mit Doppelsteuerung dienten. U-88A4 war ein verbessertes A-Modell und führte abgerundete Flügelspitzen an den Enden von Hauptflugzeugen mit verlängerten Flügeln ein. Bei den A5-Modellen handelte es sich um frühere A-Modelle, die nicht auf den A4-Modellstandard mit seinen Änderungen gebracht wurden. A4-Modelle verfügten über eine vierköpfige Besatzung, bestehend aus dem Piloten, einem Bombenschützen, der gleichzeitig als Bugschütze fungierte, einem Funker, der auch als Heckschütze fungierte, und einem Navigator, der gleichzeitig als Bauchschütze fungierte. Die Abmessungen umfassten eine Länge von 15,3 Metern bei einer Flügelspannweite von 20 Metern und einer Höhe von 5 Metern. Das maximale Startgewicht näherte sich 30.870 Pfund, während die Leistung durch zwei flüssigkeitsgekühlte umgekehrte V12 Motoren der Junkers Jumo 211J-Serie mit jeweils 1.400 PS bereitgestellt wurde. Die Höchstgeschwindigkeit erreichte 317 Meilen pro Stunde mit einer Reichweite von bis zu 1.430 Meilen, einer Dienstgipfelhöhe von 29.500 Fuß und einer Steiggeschwindigkeit im Bereich von 770 Fuß pro Minute. Die Bewaffnung konzentrierte sich auf sechs 7,92 mm MG 81 Maschinengewehre, eines an der Nase, eines an der Windschutzscheibe des Cockpits, zwei Sätze an der Rückseite des Cockpit-Flugdecks und das Paar, das an der nach hinten gerichteten Bauchgondel angebracht war. Die Bombenlastkapazität erreichte im internen Bombenschacht eine Durchschlagskraft von 3.100 Pfund, obwohl auf Kosten des Luftwiderstands und des erhöhten Gewichts bis zu 6.600 Pfund entlang externer Befestigungspunkte eingesetzt werden konnten. Die Ju 88B war eine überarbeitete Form, bei der das ursprüngliche abgestufte Cockpit durch eine vollständig verglaste Frontparty ersetzt wurde. Es erschienen zehn Forserien-Modelle, die später Einfluss auf das verwandte Flugzeug Junkers Ju 188 hatten, ein weiteres Mittelklasse-Flugzeug, das als taktischer Bomber- und Aufklärungsflugzeug eingesetzt wurde. Von dieser Sondermarke wurden 1.234 Exemplare hergestellt. Durch die Ju 88C-Initiative entstand ein schweres Jagdflugzeugmodell, das weitgehend auf der ursprünglichen A-Modellreihe basierte. Ju 88C1 waren 20 Umbauten von A1-Modellen und C2-Flugzeuge wurden aus Beständen von A5-Flugzeugen gezogen. Die C3 verfügte über BMW-Triebwerke anstelle von Junkers Jumos, um als schweres Jagdflugzeug zu dienen, eine Serienproduktion stand jedoch nicht bevor. Die C4 war ein weiteres schweres Jagdflugzeug, das auch die Aufklärungsrolle übernahm, und 60 dieser Art wurden aus vorhandenen A5-Modellen gebildet. Vier Exemplare von C4-Flugzeugen bildeten die C5 mit Motoren der BMW 801-Serie. Die C6 war ein schweres Jagd-Nachtjäger-Modell, das aus dem A4-Bomber hervorging und mit Junkers Jumo 211J-Motoren mit 1420 PS ausgestattet war. Etwa 900 dieser Standards wurden gebaut. Ju 88D-Modelle waren Fotoaufklärer, wobei D1 und D2 zu Langstreckenvarianten wurden und D3, D4 und D5 tropisierte Formen für den Dessertdienst. Die Ju 88G war ein spezieller Nachtjäger, der auf den A-Modellen basierte, jedoch ohne die widerstandserzeugende ventrale Gondel. An ihrer Stelle wurden 4x20 mm Kanonen entlang des Rumpfes angebracht und der Rumpf etwas verlängert. Die Flugzeugzelle nutzte das Leitwerk des oben genannten Ju 188-Ablegers. G1 umfasste BMW 801-Radialkolben-Motoren mit 1700 PS sowie das FUG 200, Lichtenstein, Radar. G6 verwendete Junkers Jumo 213A-Motoren mit 1750 PS und Radargeräte der Serien FUG 218, Neptun oder FUG 200. Antennen spielten bei diesem Entwurf eine herausragende Rolle und einige waren mit schrägfeuernder, nach oben gerichteter, Kanonenbewaffnung ausgestattet. G7 basierte größtenteils auf dem G6, verfügte jedoch über Jumo 213E-Motoren für eine verbesserte Leistung in großer Höhe. Die Ju 88H wurde für die Fotoaufklärung über große Entfernungen eingesetzt und basierte auf dem G-Modellrumpf. H1 war das Überwasser-Benzin-Modell und H2 war ein spezielles schweres Jagdflugzeug. H3 war eine Überwasser-Patrouillen-Plattform mit großer Reichweite, H4 eine weitere Variante eines schweren Jägers. Die Notwendigkeit eines schweren Jägers zur Erfüllung der Panzerzerstörungs- und Bomberzerstörerfunktion führte zur Ju 88P-Reihe. P1 war mit einer einzigen 75mm BK-Kanone am Bauch ausgestattet und die P2 mit 2x37mm BK-37 Kanonen an der gleichen Bauchposition. P3 folgte den P2-Designlinien, fügte jedoch mehr Panzerung hinzu, um die Überlebensfähigkeit für den gefährlichen Einsatz in geringer Höhe zu verbessern, der von dem angriffsorientierten Design erwartet wird. P4 wurde mit einer einzigen 50mm Kanone der BK-5-Serie als Hauptbewaffnung ausgestattet. P5 übertraf sie alle mit der Montage einer einzigen 88mm Panzerabwehr-Flugabwehrkanone. Nachtjäger wurden auch durch die Ju 88R-Marke geboren, die C-Modell-Flugzeugzellen mit Motoren der BMW 801-Serie verwendete. Die zweitletzte Variante der Modellreihe war die Ju 88S, die nach dem Vorbild eines Hochgeschwindigkeitsbombers entwickelt wurde und aus den A4-Modellen hervorging. Auch hier wurde die ventrale Gondel aus Gründen der aerodynamischen Effizienz weggeschnitten und ein neuer, werklaster Bugabschnitt eingebaut. Seine BMW-Motoren wurden weiter verstärkt, um die Leistung und Geschwindigkeit in der Höhe zu verbessern. S0 war mit BMW 801 G2 Motoren und Vorräten für bis zu 14x 145 Pfund Bombenführend. S1 war ähnlich, jedoch für den Transport von 2x 2000 Pfund Bomben zugelassen. Der S2 verfügte über Turbotriebwerke und der S3 wurde von Jumo 213A Motoren mit jeweils 2240 PS und Blachgasverstärkung angetrieben. Aus der endgültigen Form der Ju 88 wurde die Ju 88T, eine auf der Ju 88S basierende Fotoaufklärungsplattform mit einer Besatzung von nur drei Personen. Es entstanden zwei Untervarianten, der T1 und der T3, wobei ersterer aus dem S1-Modell mit zusätzlichen Treibstoffspeichern für größere Reichweiten hervorging und letzterer aus den früheren S3-Serienmodellen hervorging. Betreiber außerhalb der deutschen Luftwaffe wurden während des Krieges in Bulgarien, Finnland, Ungarn, Italien und Rumänien zu Verbündeten. Spanien verwaltete eine bescheidene Sammlung gekaufter Flugzeuge und über ein Dutzend Flugzeugzellen wurden während des Krieges übernommen. Der französische Dienst erfolgte durch erbeutete Exemplare während des Krieges und einige im Einsatz befindliche Exemplare aus Nachkriegsbeständen. Die Briten führten während des Krieges über das Geschwader Nummer 1426 der Royal Air Force mindestens fünf Ju-88 aktiv durch. Etwa ein Dutzend Ju-88, die im September 1939 in Dienst gestellt wurden, standen für den Angriff auf Polen zur Verfügung. Aber die Linie hatte erst bei der anschließenden Invasion Norwegens als Antischiffsbombenangriff große Wirkung. Auch bei der Invasion in Frankreich standen Ju-88 in großer Zahl zur Verfügung und bekämpften je nach Bedarf sowohl Land- als auch Seeziele, obwohl der Einsatz hier aufgrund von Stabilitätsproblemen aufgrund zunehmender Unfälle eine gewisse Überarbeitung des Flügeldesigns erforderte. Die Ju-88 wurde dann, zusammen mit Du-17 und Hi-111 in der Luftschlacht um England eingesetzt, wo sich die Verluste an mittleren Bombern und Jägern für die angreifenden Deutschen als ziemlich hoch erwiesen, als sich die Deutschen bei ihrem Einmarsch in die Sowjetunion an der Ostfront engagierten. Die Ju-88 wurde in allen möglichen Rollen weiter eingesetzt. Ein Teil des Flugzeugbestands wurde an den deutschen Verbündeten Finnland geliefert, als dieser im Fortsetzungskrieg von Juni 1941 bis September 1944 gegen die sowjetische Linie vordrang. Weitere Einsätze führten den Typ über Frankreich während des Vormarsches der Alliierten vom Brückenkopf in der Normandie, über Italien und der Balkan. Wie andere deutsche Flugzeuge der Vorkriegszeit kämpfte die Ju-88 fast überall dort, wo die deutsche Armee im Einsatz war. Bis zum Ende des Krieges wurden einige Ju-88 Flugzeugzellen von ihren Bomberkomponenten befreit und als fliegende Bomben eingesetzt, die von Kampfflugzeugen als Träger abgefeuert wurden. Auf den ersten Blick wirkt Junkers Ju-88 schwerfällig und unverhältnismäßig. Aber wie sich während des Zweiten Weltkriegs zeigte, war es vielleicht eines der vielseitigsten Flugzeuge seiner Zeit. Ein tagsüber schnell fliegender Bomber, der überraschenderweise noch im selben Jahr seinen Erstflug absolvierte, zeigte bald seine herausragenden Leistungen. Ich möchte mein Video hier beenden. Das Video ist meine Recherche und Forschungsanstrengung. Ich hoffe, Ihnen nützliches Wissen zu vermitteln. Und wenn Sie jemand sind, der viel über dieses Flugzeug weiß, kommentieren Sie bitte unten, damit ich mehr darüber erfahre. Ich werde versuchen, das Beste in den nächsten Videos zu verbessern. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, klicken Sie wie immer auf die Schaltfläche, gefällt mir, um uns zu unterstützen. Abonnieren Sie mich und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, wenn Sie einer der Ersten sein möchten, der meine neuesten Videos sieht. Und das motiviert mich noch mehr, mehr Videos zu machen.